Willkommen zurück liebe Leute zu Minecraft Sky Factory 2 Ähm, ihr seht Was, der Baum ist ja wieder ganz Ja, ich hab verkackt letztes Mal Und deswegen, ich hab mir überlegt Und überlegt und geschaut und dachte mir so Hm, schaust du mal nach was man machen kann Ich hab mir so die ersten 5 Minuten angeguckt Und jetzt weiß ich bescheid Wow, das war ingame Wow, please Also ich weiß jetzt zumindest was ich machen muss Und das werde ich jetzt auch tun Übrigens wirds heute ausnahmsweise Hintereinander noch eine Folge geben Von Le Sky Factory Denn Ähm Ich möchte auch das die anderen Projekte Geschaut werden, nicht nur Minecraft Deswegen Ähm Es gibt Ähm Sky Factory nur dann Wenn auch die anderen Projekte angeguckt werden Oh wow Der Baum ist mega beschissen Kann das sein Ich hab ein breites Problem Ich hab ein riesiges Problem Ja Ich hab ein Problem Aber ich fixe mein Problem anders Und zwar Und zwar Oh Gott Ich kann nicht überhaupt fixen Das wäre natürlich super uncool Wenn nicht Ja Oh Gott Immer dieses Wie stellt man das nochmal aus? Kann man das mir in die Kommentare schreiben? Ich hab keinen Plan Natürlich Letzte Folge Kein einziger Ruckler Diese Folge Gleich Zwölf Millionen Blödes Arschloch Minecraft Minecraft ist so eine Performance Huwe Es ist einfach So ein hässliches Spiel Also wirklich von der Grafiker So hässlich Aber so dumm Übrigens finde ich es schön Wie mir an der Seite angezeigt wird Dass ich noch 6 Blöcke in der anderen habe Ähm Ich sehe das auch unten Liebes Spiel Oh fuck you Ich darf vielleicht nochmal neu starten Lel Ich darf vielleicht wieder neu starten Ich ähm Ich darf neu starten Ripperino So Nice Ähm Wir saven und quitten auch statt neu Läuft super Ähm Ähm Mh Mh Dann wir brauchen ein Zeppling Weil Pro Zeppling Mehr Dings Und weiter Und Zeppling Und mehr weiter Und deswegen Bilden wir neues Terrain Und starten nochmal rein Mit viel Leg Viel 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 Leg Ja CPU Ausleistung Dorn Bäh Aber hey Wir sind schon wieder drin Der Baum sieht aus wie ein Baconbaum Hallo Baconbaum Okay Es kann doch nicht sein dass ich so viel Pech habe alter und dass dieser Baconbaum nicht ein Zeppling abwirft Weißt du Ich hab echt Pech Ich hab wahnsinnig viel Pech Ich hab wahnsinnig viel Pech Das Spiel hasst mich Und ich wette Und ich wette Schreibt mir jeder zweite schon Äh lolololololol Dieser Baum hat keine Saplings Ich würde so eine schlechte Laune kriegen Ich würde so eine massiv schlechte Laune kriegen das sage ich euch Ja Knack knack Peng boom No one cares about knack knack peng boom Ich bin jetzt schon glücklich Ich bin jetzt schon glücklich Ähm Hier Und Da Und Dort Und Dort Denn der muss jetzt wachsen Jetzt können wir aber in der Zeit nicht viel machen Aber hey Noch ein Zeppling Nice Ich schätze mal Man muss sich irgendwo hinbauen in die Ferne Und Das ist halt das Problem Mhm Null dafür Ich hab keinen Plan Ich hab keinen Plan Was Light Level und so Hier Hast du eine Fackel Nice Hey das funktioniert sogar wirklich 12 Oder braucht Ich schätze mal Er braucht 15 Okay 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 Ähm Ich bin ja mal am überlegen Was kann ich denn noch Achja stimmt was ich sagen wollte Wollte ich einen Shader hier drin haben Und sowas Dann gebe ich mir Mühe Und schau mal ob ich das irgendwie hinkriege Das ist natürlich jetzt eine coole Sache hier rumzustehen und zu warten bis der wieder fertig wird Ich wundere das nur dass ich hier nichts sehe im Hintergrund Ha Vielleicht mache ich auch den Part hier mit dem Baum in Zeitraffer einfach Bluuuuuu.... Bluuuuuu... Bluuu.... Ich wette so was hört sich im Zeitraffer super lustig an Aha Ich kann mir jetzt mal alles angucken hier Ich sollte ja trotzdem weiter wachsen Okay. 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 Es ist weg. Yes. Ich hab's gefunden. Nice. Wachst schneller, du sagst. Wachst schneller. Ich schau mich trotzdem noch mal durch die Bücher durch. An sich ist es für mich lieber, aber lieber so lange kann ich es wenigstens lesen. Auch wenn es mega behindert ist. So. 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 Oh, okay. Ok. Drawingeziness. Oh, da kann ich heute ein Video. Ich will da jetzt gar nicht versuchen drauf zu klicken, wahrscheinlich funktioniert es nicht aber ich will es trotzdem nicht tun. The fan will blow players mobs in the direction it's facing Uuuuuh nice, das ist cool Interessant, der interessante Schmarrn Ok Ha Der Kaser Kaser, ok Let you click on blocks remotely Simply shift click on a block To link the Kaser I need to use my One, two, three, four Ah, ok Hangleider, was'n das? Hangleider wing Cool Hangleider, Hangleider klingt sehr, sehr lustig Und klingt auch nach 20 Folgen nur rum fliegen Ok, ok Ich hab genug gesehen Ehm Learning to tanker Getting started Blank battle Ehhhh Ehhh Ehhhh Ehhhh Ehhh Ehh Ehhhh Ich bin gerade verwirrt, was soll ich jetzt basteln? Vielleicht habe ich es doch wieder verkackt, weil ich jetzt nicht mehr an mein Zeug rankomme. Ja, ich habe es verkackt. Muss ich wirklich warten, bis der fertig wird. Warte mal, ich muss gerade gucken. Warte, 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 warte. Zwei, vier. Vier von denen. Dann kriege ich sowas. Ich brauche acht Stück. Die geht gut. Wenn ich dann die Toolstation habe, was mache ich dann? Du wirst doch, dass ich die Toolstation mache, du Forze. Natürlich behindert. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir schauen mal, ob man Minecraft wiederkommt. Oh, da steht jetzt nicht mehr 6.0, sondern 6.8. Interessant. Da oben ist ein Timer. Das finde ich gut. Daytime. Es wird gleich dunkel. Ich werde sterbigen. Wir werden sehen, was wir jetzt noch machen. Und wir sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Die natürlich nur kommt, wenn dieses Video 7 Likes hat. Ja, ich bin ein Arschloch. Aber Minecraft ist so ein Video. Entweder ihr schaut meine anderen Videos. Oder ihr liked das hier 7 Mal. Mepp, mepp. Ansonsten kommt die Folge, wann ich wieder Lust habe. Nighttime. Oh, das ist interessant. Oh, ich frage mich, ob ich jetzt gleich sterbe. Ha! Ha! Lustig. Der Mann im Mond. Na guck mal, der Mann im Mond. Na gut, wir machen noch die Folge. Noch ein paar Menüchen weiter. Und dann. Möchte ich 7 Likes. Ha! Ich bin gemein. Aber. Ganz ehrlich. Wenn ich Minecraft hochladen. Hat Minecraft so. Yay! Und alles andere so. Ah! Dabei ist Minecraft eher voll hingeschissen. Ihr Schamlippen hier. Blöde Schamlippen-Opfer. MAAH! Ach stimmt. Ich kann mich gar nicht spawnen. Weil ich genau hier. The Dutch habe. The Dutch. Gut. Ich bin safe. Würde ich mal sagen. Ich danke dir fürs Zuschauen liebe Leute. Wir schauen euch endlich wieder. Wenn es heißt. Minecraft. Skyfactory. Danke für's Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss. Wir, 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 wir.